Hallo, ich heiße Hu Chu. Mein englischer Name ist Helen. Ich bin 28 Jahre alt und komme aus Peking. Ich arbeite als Journalistin für eine Zeitschrift, denn mein Hauptfach an der Uni ist internationale Kommunikation. Globalisierung heißt für mich Kommunikation mit Leuten aus verschiedenen Ländern. Globalisierung gibt uns die Möglichkeit, unsere Erfahrungen und Meinungen auszutauschen. Ich halte das für sehr gut. Oh, Einkaufen. Wissen Sie, Einkaufen ist für junge Frauen sehr wichtig. Ich liebe es zu shoppen. Ich gehe oft in Einkaufspassagen. Ich mache mir Sorgen über Krieg. In anderen Ländern leiden Kinder an den Folgen von Kriegen. Ich denke, Frieden ist wichtig für uns, besonders für die Jugend. Am liebsten esse ich Fisch. Ich mag auch die traditionellen chinesischen Klöße und Nudeln. Die sind einfach toll. Als ich in Australien an der Uni war, hatte ich eine Menge Studienkollegen aus Japan. Die waren echt nett. Und Japan hat ja eine sehr eigene Kultur. Die ist sehr interessant. Ich möchte ein echter Profi in meinem Beruf werden. Ich liebe Journalismus. Ich denke, Karriere ist sehr wichtig für uns, die junge Generation in China. Die Karriere ist für die junge Generation in China. Die Karriere ist für die junge Generation in China. Die Karriere ist für die junge Generation in China. Die Karriere ist für die junge Generation in China. Die junge Generation in China. Möchten auch Sie sich in unserer Sendung vorstellen? Dann greifen Sie zu einer Video- oder einer Digitalkamera und filmen Sie sich in Ihrer Umgebung, bei der Arbeit oder in der Freizeit. Erzählen Sie uns, wo Sie leben, was Sie glücklich macht und was Globalisierung für Sie bedeutet. Unseren Fragebogen und alle Informationen dazu finden Sie im Internet unter www.dwworld.de-global3000. Machen Sie mit. Werden Sie Teil unseres Globalnetzwerks und gewinnen Sie unser Global3000 T-Shirt. Wir freuen uns auf Ihr Video. Werden Sie keinen Tipp. Ich bin아니 und alle aufteile aus dem Bereich des Religions��들이 in China. Vielen Dank.